Hallo René. Hallo Ara. Bist du ein Workaholic? Es geht so. Hand aufs Herz, arbeitest du lieber technisch inhaltlich an Projekten oder eher im Management? Technisch inhaltlich, ich habe aber wenig Zeit dafür. Welche deiner Keynotes der letzten fünf Jahre ist dir am besten in Erinnerung geblieben? Der Energiegipfel in Berlin vor zwei Jahren. Bitte vervollständige, Gründen ist für mich eine Lebenseinstellung. Zwei Dinge, die du in den letzten fünf Jahren gelernt hast. 2000 habe ich gelernt. Starten, machen und dann schauen, wo das Ziel hingeht. Welche Programmiersprache beherrschst du selbst am besten? IDL wird nur noch in der Astrophysik verwendet, deswegen bin ich technisch etwas veraltet. Apropos, wofür hat dein Kollege Reinhard Genze letztes Jahr den Nobelpreis gewonnen? Für den Nachweis des schwarzen Loches in der Milchstraße. Jetzt etwas privater. Kannst du Windeln wechseln? Und wie, ich bin Meister im Windeln wechseln. Selber bauen oder kaufen? Kaufen. Bist du Fußballfan? Ja, aber nur passiv. Spielen kann ich nicht gut. Welche Mannschaft? FC Bayern München, Lokalpatriot und immer bei den Gewinnern. Bist du Fußballrand? Und wie wir dann nie пять machen?